Und durch die Predigt hat wieder einmal mein Herz die Stimme Gottes gehört. Und er hat uns gesagt, ich kenne dich, ich liebe dich, ich weiß, was du alle Tage zu tragen hast. Und das Gleiche, das geschah in den ersten Gemeinden in der ersten Zeit, geschieht auch heute. Nuestro enemigo común trata de desviarnos de la verdadera Fe. Unser Feind möchte uns abseits schicken von unserem Glauben. Und der liebe Gott hat uns gesagt, ich möchte dir helfen. Ich lade dich ein, du sollst dein Leben auf der Lehre des Apostels gründen. Aber damit wir unsere Entscheidungen treffen können, Gott hat uns gesagt, das Evangelium ist über die Traditionen und die Regeln. Jesus Christus steht über die Kirche. Und Gott hat uns geschenkt, damit wir die Entschlüsse nehmen können, das Gewissen. Gott hat uns das Intellekt geschenkt. Und wenn wir die Entschlüsse nehmen mit dem Intellekt und mit dem Kopf, dann ist etwas mit dem, was wir alle Tage machen. Aber jetzt musst du diese Entscheidung über den Filter von Evangelium nehmen. Wenn du das auf dem Filter von Evangelium machst, dann wirst du dich nicht enttäuschen. Das ist der Grund unserer Leben sein. Der Grund unserer Leben soll die Lehre des Apostels sein.